Was hat der? Was hat der? Ich bin hier mit Desires gezogen, ja. Alter, das ist super rare. Ich kann nicht nur wo, nur zu mal anfangen. Schon mal, win. Oh nein, noch super. Ich fasse es nicht gut. Du hast alles. Zwei super, zwei mehr gleich. Die will ich. Was? Was ist das? Künstlerkumpel, Gonggatze. Dein Train ist klar. Was hast du bekommen? Super oder was da ist? Tyramid. Oh mein Gott, ich hoffe, ich muss drei machen. Jetzt geht's. Secret! Oh! Boah! Wir haben sogar gecallt, dass du die ziehst. Das ist die beste Karte im Sekt. Nein. Aber das Gute ist, dass wir die jetzt kriegen. Waren das alle? Ich mach zuletzt der letzte. Alter, wie heißt die? Kopf der Begierde. Begierde. Was ist die denn? Willst du dir nicht eine gute Tür? Ja, ne, krieg ich von dir. Wir gucken, was du kriegst. Oh Gott! Was war das für ein Kopf? Die ist übertrieben. Die nehm ich dir auch ab. Die brauch ich auch. 20 für Stürmer. Daniel, die gibst du mir. Ich brauch die für das Destiny Hero Deck. Alter, wenn jetzt jeder von uns eine Secret zieht, ne? Nee, nee, ihr beide zieht nur. Alter, ich dachte grad schon, dass du die Karten ziehst. Alter, Björn mal. Aber pass auf, ne? Hast du die durchgelesen? Ja. Du musst dir viele Karten in dein Deck tun, weil sonst 10 Banish ist schon heftig. Ich muss die gar nicht spüren. Ich weiß auch nicht, wie ich das spüren. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber das scheint ein guter Pinstick zu sein. Mal gucken. Mann, das ist nicht mal ein Subterra. Den hätte ich genommen. So ein Scheiße. Aber der ist ja... Die Rare will ich haben von mir. Ja, ich... Achso. Ah ne, ich pick den, ne? Aber nicht für Sneak-Preis. Aber vertausch den. Was mach ich hier? Kannst du nicht mal... Boah. Nice. Passt. Ja, der ist gut sogar. Boah. Kannst du nicht mal... Ein Aufpuppen. Boah. Ja, die brauch ich. Wirklich? Die ist cool. Alles klar. Ey, das ist sogar heftig für die Sneak. Als ob... Wie ist es? Ey, ich hoffe ich zie besser. Ich ziehe nur Sufas wahrscheinlich. Aber egal, ich krieg da ne Secret von dir. Ich krieg ihn trotzdem das nicht. Weil das sind keine Zauberleute. Was? Keine Zauberleute. Keine Zauberleute. Aber wenn die die Secrets haben, dann muss sie irgendwelche Scheiße haben. Geil! Okay. Ja, okay. Ich werd wahrscheinlich auch noch Scheiße ziehen. Nein, du hast jetzt auch ne Secret. Damit nur ich scheiße. Ne, ich glaub ich hab auch nichts. Das ist wichtig. Alter, die ist gut. Ja, aber eine super. Na und? Dani, die geht 25, glaub ich. Gestern geguckt. Ja, wenn du die Fusion ziehst, ist das auch gut für dich, Sneak. Ja, also die... Besonders mal so. Abrisspanda. Nice. Nice. Man, den kannst bestimmt beschwören. Ach, seine Fresse. Ihr hat schon Spaß, man. Ich hab auch nur Supers, man. Heule Dina nicht. Du ziehst jetzt eh ne Ultra. Ja, weil Björn zieht immer gut. Ne, letztes Mal nicht, ne? Doch. Und jetzt auch nur Scheiße. Nein, letztes Mal hast du Scheiße.